Ein Großaufgebot der Polizei gab es heute Abend auch in Duisburg beim Straßenbahnderby in der 2. Fußball-Bundesliga. Dieses Spiel der Nachbarn Duisburg gegen Düsseldorf hat immer eine gewisse Brisanz. Die beiden Fanlager mögen sich so gar nicht, da gab es schon öfter Randale. Heute aber ist alles noch dramatischer, denn beide stecken tief im Abstiegskampf. Am Ende siegte der MSV mit 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Düsseldorf, Tim Köxerlahn in Duisburg. Wie angespannt war und ist die Situation denn rund ums Stadion? Also aktuell ist die Lage relativ entspannt. Vorher sah das natürlich anders aus, auch angesichts der sportlichen Situation. Aber dieses Straßenbahnderby, du hast es gesagt, das hat immer schon eine gewisse Brisanz in sich geworgen. Und das hören wir auch jetzt wieder. Hinter mir, das ist der VIP-Bereich beim MSV. Da treffen sich gerade Mannschaft, Spieler, Trainer und Sponsoren und feiern noch ein bisschen. Der ein oder andere jubelnde MSV-Fan trudelt hier noch rum, aber die meisten Fortuna-Fans, die sind natürlich schon auf dem Nachhauseweg. Eine hektische Szene, die haben wir mitbekommen, das war vor Anpfiff oder nach Anpfiff. Da waren einige hundert Fortuna-Fans noch immer nicht in ihrem Block. Es hat strenge Kontrollen gegeben und die haben dann diesen Eingang gestürmt. Dabei wurde auch eine Ordnerin leicht verletzt. Ihr sollt es aber recht gut gehen. Und dann hat es auch diese hässlichen Szenen in diesem Derby gegeben. Und es hat etwa 20 Minuten gebraucht, bis dann wirklich alle Fans in den Gästeblock geleitet wurden. Und wie wir jetzt wissen, wurden dann während des Spiels auch doch noch Pyrotechnik gezündet. Nach dem Spiel lief das alles deutlich entspannter ab. Die Düsseldorf-Fans natürlich niedergeschlagen wegen des Ergebnisses. Aber die Polizei hatte da keine großen Schwierigkeiten. Geleitete dann sowohl die MSV-Fans als auch die Fortuna-Fans zu den umliegenden Bahnhöfen. Die Bilanz der Polizei fällt relativ bescheiden aus. Neun Verletzte gibt es, acht Zuschauer, ein Polizist, vier Strafanzeigen wegen Übergriffen auf Polizisten. Das ist für ein so hitziges Derby, wie es heute hier in Duisburg war, doch noch eine relativ gute Zahl. Dankeschön, Tim. Live aus Duisburg zugeschaltet. Der MSV besiegt Frau Thuner-Düsseldorf mit 2 zu 1. Es hat strenge Kontrollen gegeben und die haben dann diesen Eingang gestürmt. Dabei wurde auch eine Ordnerin leicht verletzt. Ihr sollt es aber recht gut gehen. Und dann hat es auch diese hässlichen Szenen in diesem Derby gegeben. Und es hat etwa 20 Minuten gebraucht, bis dann wirklich alle Fans in den Gästeblock geleitet wurden. Und wie wir jetzt wissen, wurden dann während des Spiels auch doch noch Pyrotechnik gezündet. Nach dem Spiel lief das alles deutlich entspannter ab. Die Düsseldorf-Fans natürlich niedergeschlagen wegen des Ergebnisses, aber die Polizei hatte da keine großen Schwierigkeiten. Geleitete dann sowohl die MSV-Fans als auch die Fortuna-Fans zu den umliegenden Bahnhöfen. Die Bilanz der Polizei fällt relativ... Ein Großaufgebot der Polizei gab es heute Abend auch in Duisburg beim Straßenbahn-Derby in der 2. Fußball-Bundesliga. Dieses Spiel der Nachbarn, Duisburg gegen Düsseldorf, hat immer eine gewisse Brisanz. Die beiden Fan-Lager mögen sich so gar nicht, da gab es schon öfter Randale. Heute aber ist alles noch dramatischer, denn beide stecken tief im Abstiegskampf. Am Ende siegte der MSV mit 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Tim Köxer-Lahn in Duisburg. Wie angespannt war und ist die Situation denn rund ums Stadion? Also aktuell ist die Lage relativ entspannt. Vorher sah das natürlich anders aus, auch angesichts der sportlichen Situation. Aber dieses Straßenbahn-Derby, Du hast es gesagt, das hat immer schon eine gewisse Brisanz in sich geworgen. Und das hören wir auch jetzt wieder. Aber hinter mir, das ist der VIP-Bereich beim MSV, da treffen sich gerade Mannschaft, Spieler, Trainer und Sponsoren und feiern noch ein bisschen. Der ein oder andere jubelnde MSV-Fan trudelt hier noch rum, aber die meisten Fortuna-Fans, die sind natürlich schon auf dem Nachhauseweg. Eine hektische Szene, die haben wir mitbekommen, das war vor Anpfiff oder nach Anpfiff. Da waren einige hundert Fortuna-Fans noch immer nicht in ihrem Spiel.